Da stehen schon unsere Koffe und wir haben die Kabinen rein. So Leute, willkommen wieder zurück zwischen 1.0. Hier oben auf dem Kanal. Wir finden schon auf der Anja Nova. Und das ist schon ein Geschäft. Ich nehme euch jetzt an. Ich bin jetzt zwei Memphisen. Nicht so hoch, nicht so tief. Einfach so schnell bei den entsprechenden Restaurants sind. So Leute, wir sind angekommen. Endlich in der Kabine. Schöne helle Kabinen hier wieder. Da, die Mars hat schon nicht in der Lade entdeckt. Genau. Sehr geil. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Kabine. So, hier haben wir die Koffe vorgestellt. Hier haben wir direkt noch einmal die Koffe vorgestellt. Hier haben wir die Koffe vorgestellt. Einmal die Koffe vorgestellt. Sehr heiß. Das ist auch neu im Vergleich zu Cosma. Ja. Ausgerechtigen Koffe vorgestellt. Und hier haben wir die Koffe vorgestellt. Und hier haben wir die Nasszelle. Auch schön neu. Und hier haben wir die Koffe vorgestellt. Und hier haben wir die Koffe vorgestellt. Und hier haben wir die Koffe vorgestellt. Sie lieben, weißt du dich? Ja, sehr schön. Schöne Kanäle. Sehr schön. Kinderbademaß. Wettungswäsche. Und hier auf Amtelle ein Ex-Bademaß, die mich auch schon vorbildet wird. Schöne Kanäle controller tt